Hey, salut, ich bin's, Ashish. Ich befinde mich im ebenso schönen wie risikoreichen Bayern, um euch alle aufzufordern, am 10.8. um 13 Uhr in Berlin am Bahnhof Soh, euch alle zusammenzufinden, um gegen die Prohibition von Cannabis zu demonstrieren. Es gilt, Gesicht zu zeigen, und zahlreich dort aufzutauchen, um zu demonstrieren, laut zu sein, um den Leuten zu zeigen, dass wir nicht eine Bande von kiffenden Junkies sind, nur ganz normale Menschen, wie du, ich und alle über Baden, damit man zeigt, dass die 4 bis 8 Millionen Konsumenten in Deutschland es nicht verdient haben, zu Hunderttausenden verfolgt zu werden, kriminalisiert zu werden, den Führerschein zu verlieren, weil sie sich für ein anderes Genussmittel entschieden haben, als die üblichen legalen Genussmittel, wie Alkohol oder Medikamente. Kommt also zahlreich, seid dabei, trefft die vielen C-Promis, wie ich, Mischa und Stefan und die vielen anderen, vielleicht auch Lars Knacken ist sicher auch da, Markus und alle anderen, die ihr auf YouTube und anderen Kanälen kennt. Und seid gute Laune, zeigt Stimmung und kommt zahlreich nach Berlin, 10.8 Uhr, 13 Uhr, Bahnhof Zoo. Wir sehen uns, ciao. Ich mache noch ein bisschen Urlaub. Bis dann. Wir sehen uns, ciao.